Wenden Sie die Macht der Selbstbeherrschung an und damit alles in Ihrem Leben zum Guten. Noch nie war es so leicht, die totale Selbstbeherrschung zu erlangen. Dieser problemlos umsetzbare Lehrgang ebnet Ihnen den Weg in ein neues Leben voller Möglichkeiten. Gehen Sie jeden Tag mit Schwung Optimismus und Zielbewusstsein an. Die Macht der Selbstbeherrschung wird alle negativen Einflüsse aus Ihrem Leben streichen wie ein Schmutzradierer. Reichtum, Glück, Anerkennung, all das wird Ihnen nur so zufliegen, dank der Macht der Selbstbeherrschung. Freuen Sie sich auf das grandiose Gefühl, dass Ihnen nichts und niemand mehr ernsthaft schaden kann. Haben Sie das Gefühl, sich ständig selbst im Weg zu stehen? Machen Sie Gott und die Welt für all Ihr Unglück verantwortlich? Ahnen aber, dass in Wahrheit Sie es sind, der sich selbst sabotiert? Klagen Sie ständig darüber, dass Sie Ihre Ziele nicht erreichen, obwohl Sie sich selbst am meisten ausbremsen? Dann wird es höchste Zeit, dass Sie von der Macht der Selbstbeherrschung profitieren. Keine Angst, niemand verlangt von Ihnen totale Askese. Darum geht es auch gar nicht. Vielmehr wird Selbstbeherrschung Ihr Leben bereichern. Ihnen werden sich plötzlich Türen öffnen, wo Sie bislang nur vor einer abweisenden, unundringlichen Mauer stehen. Sie werden nicht nur Ziele klarer erkennen, Sie werden sie auch erreichen, unbeirrbar, untreffsicher wie ein Marschflugkörper. Bestellen Sie noch heute meinen Kurs »Die Macht der Selbstbeherrschung«, die Vorteile des Buches auf einen Blick. Sie brauchen nicht viel Selbstbeherrschung, um diese Form der Selbstbeherrschung zu erwerben. Es wird Ihnen sehr leicht fallen, in den Kurs einzusteigen und ihn durchzuhalten. So werden die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten lassen. Ein erfolgreiches, glückliches Leben wartet auf Sie, wenn Sie das Know-how dieses Kurses konsequent anwenden. Sie werden nie wieder Angst vor einem gesundheitlichen, finanziellen oder wirtschaftlichen Zusammenbruch haben. Denn dank Ihrer Selbstbeherrschung werden Sie über solche Befürchtungen stehen. Beeindrucken Sie Ihre Umwelt durch ein unwiderstehliches Charisma. Sie wollen Ihr Leben endlich selbst beherrschen? Dann lernen Sie die Selbstbeherrschung. Sie bekommen zusätzlich zum gebundenen Buch oder in der E-Book-Ausgabe als Paketset kostenlos alle Hilfsmittel, die im Buch beschrieben werden. Entweder auf CD-ROM oder im Download-Paketset. So fällt es Ihnen noch einmal so leicht, Ihre Selbstbeherrschung zu trainieren. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgs-online.de nach weiteren interessanten Infos. Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos finden Sie den direkten Link dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Gehen Sie surよね.